Zwei Jahre habe ich das Apple TV 4K jetzt in Benutzung und das ist mein Eindruck. Dieses Video ist mit freundlicher Unterstützung von NordVPN entstanden. Das Apple TV 4K ist jetzt seit 2017 auf dem Markt, ähnlich wie der iMac Pro. Ob es bald ein neues Apple TV gibt, das kann natürlich sein, aber darum soll es heute nicht gehen. Ich würde euch vielmehr schildern, was mein Eindruck vom Apple TV 4K ist und vor allen Dingen auch, welche Konfiguration ich gefunden habe, die fast perfekt ist. Das erste, was mir extrem aufgefallen ist, ist der Wechsel vom alten Apple TV zum Apple TV 4K. Zum einen hat man jetzt einen A10X Prozessor statt einem A8 Prozessor, also von 1,4 GHz auf 2,3 GHz und statt zwei Kerne hat man nun sechs Kerne. 3 GB Arbeitsspeicher statt 2 GB zum Vorgänger und 12 statt vier Grafikkerne. Aber was auf jeden Fall am eindrucksvollsten ist, wenn man auf ein 4K Apple TV wechselt und man hat auch einen entsprechenden 4K Fernseher, die Qualität, die man beispielsweise bei Filmen oder Serien dann auf einmal hat, ist wirklich gigantisch. Zum Design kann man nicht wirklich viel Negatives sagen. Es ist irgendwie zeitlos, unauffällig. Mir persönlich würde auf jeden Fall eine hellere Farbe besser gefallen, aber das ist Geschmackssache. Bei der Fernbedienung sieht das, finde ich, ein bisschen anders aus. Hier muss man wirklich mal sehr, sehr genau hinschauen. Erstmal schön leicht, das kann man auf jeden Fall sagen. Auch gut verarbeitet, hat einen Lightning-Anschluss. Da freuen sich sicherlich auch viele drüber, dass man damit laden kann. Aber dann geht es so ein bisschen los. Also hier in der Mitte der Bereich, der ist sehr, sehr gut. Menü, laut, leise, Start, Stopp, Siri. Funktioniert alles sehr gut und liegt auch gut in der Hand. Man kommt gut mit dem Daumen dran und kann sich hier bewegen. Es ist aber manchmal so, man nimmt irgendwie die Fernbedienung und will irgendwo hin navigieren. Man muss immer gucken, dass man sie richtig rum in der Hand hat. Ich habe schon oft hier den hier gemacht und habe versucht, von A nach B zu kommen und dann gesehen, oh, ich muss umdrehen. Dieser Bereich hier oben, der ist wirklich super sensibel. Das heißt, wenn man da mal so drüber streicht oder man schaut im Bett mit einer Decke und das fällt irgendwie in eine Ritze und dann streicht hier irgendwie die Decke so ein bisschen drauf rum, dann passiert irgendwas. Und man verliert beispielsweise auch bei Filmen, scrollt der dann manchmal unendlich vor. Man weiß gar nicht mehr, wo man vorher war. Der Bereich, der muss eigentlich überarbeitet werden. Der ist nicht sauber und ich habe auch viele Kunden, wo wir mal ein Apple TV eingerichtet haben, die sehr viele Probleme damit hatten, weil man sehr sensibel hin und her, hoch und runter navigieren kann und muss, damit das Ganze funktioniert. Hier würde ich mir tatsächlich eine Weiterentwicklung wünschen. Das ist insgesamt schön gestaltet, sieht gut aus und auch sehr einfach im Vergleich zu anderen Fernbedienungen, die ja sehr, sehr viele Tasten haben. Es ist hier sehr aufgeräumt, aber hier oben würde ich sagen, da muss man irgendwas anderes machen. Zumindest so eine leicht angedeutete Wippe nach links und rechts, oben und unten, wäre nicht schlecht, damit sich derjenige auch ein bisschen besser orientieren kann. Und diese Touch-Sensitivität hier oben, die müsste irgendwie eingefangen werden. Das User-Interface vom Apple TV hat sich im Laufe der Zeit wirklich stark verbessert. Dass es die Benutzeroberfläche ähnlich wie beim iPhone, iOS ist, ist es bei Apple TV, tvOS. Und hier kann man einfach sehen, dass Apple noch nicht bei 100% ist, aber es geht in eine sehr, sehr interessante Richtung. Dazu aber später mehr. Das Erste, was ihr auf eurem Apple TV einmal machen solltet, natürlich sind alle Apps herunterladen, die ihr benötigt, beziehungsweise wo ihr ein Abo habt. Dafür geht ihr logischerweise hier in den App Store, ladet die alle runter und meldet euch in den entsprechenden Apps zum Beispiel an. Ob das Arte ist, ob das Netflix ist, was auch immer es ist. Wenn ihr das getan habt, kommt der nächste Schritt und da wird es schon sehr viel interessanter. Wenn wir in die Einstellungen gehen, auf Apps und dort unter TV reingehen, dann sehen wir hier links erstmal die Apple TV App. Das, was Apple sozusagen als Hafen für allen Content, den ihr so habt, sieht, leider noch nicht ganz da, aber fast. Wenn wir hier jetzt nämlich unten reingehen, dann sehen wir hier mit TV verbinden. Und hier können wir sagen, wir wollen Arte drin haben, Join, wenn ihr Join benutzt, könnt ihr es auch aktivieren, Prime Video, wenn ihr da ein Abo habt, natürlich, Sky Ticket, TV Now, Premium und ZDF. Das sind im Moment die Apps, die mit der Apple TV App verknüpft werden können. Wenn wir das gemacht haben, können wir hier rausgehen und können jetzt mal in die TV App reingehen. Das ist auch wirklich sehr, sehr schön von Apple gemacht, weil wir bekommen jetzt hier natürlich alles, was wir eben angeschaltet haben, hier zusammen aufgelistet und können hier durchgehen. Ich finde, dieses User Interface ist sehr gelungen. Da fühlt man sich irgendwie zu Hause, man entdeckt Dinge, man findet neue Filme. Und wenn ihr hier zum Beispiel auch in die Suche geht, ganz rechts, dann könnt ihr in allen Bereichen suchen. Also der durchsucht jetzt nicht nur Apple, sondern der durchsucht beispielsweise auch TV Now Premium, wenn ihr es angeschaltet habt oder Prime oder hier Alinas Lieblings Serie True Detective. Die kann man dann entsprechend schauen, wenn man beispielsweise, das sehen wir jetzt hier, Sky Ticket hat. Und da kommt genau das, was noch nicht 100% ist, weil es sind noch nicht alle Apps mit der TV App von Apple verknüpfbar. Und das ist noch die Schwachstelle. Ansonsten ist es wirklich herrlich. Ihr könnt jetzt sagen, okay, die interessiert mich, die Serie, packe ich zu als nächstes hinzu und habe die dann, wenn ich hier zurückgehe, auf meinem wunderschönen Startbildschirm direkt drinnen. Gehen wir auf jetzt ansehen beispielsweise. Hier ist dann meine als nächstes Serie, wo alle möglichen Filme sind, die ich als letztes Mal angeschaut habe. Und entsprechende Empfehlungen, die auch sehr, sehr gut funktionieren, wo nach deinem Wiedergabeverlauf dir Filme vorgeschlagen werden. Und das ist am Wochenende beispielsweise einfach ein ganz schöner Bereich, wo man sich ein bisschen austoben kann, wo man schauen kann, was will ich eigentlich schauen in der nächsten Zeit. Und kann es hier entsprechend auswählen, reingehen, sagen beispielsweise, möchte ich nochmal schauen, kann ich hier auf meine zu als nächstes Liste hinzufügen. Und weiß dann, wenn man das nächste Mal vor dem Fernseher sitzt mit seiner Freundin oder seinem Freund oder seinem Mann oder seiner Frau oder mit den Kindern, was wollen wir eigentlich gucken. Dann hat man hier schon mal eine schöne Auswahl ganz vorne und muss sich nicht komplett durch die Mediathek fräsen und irgendwas finden. Daneben gibt es natürlich noch Apple TV Plus. Das ist Apples eigener Subscription-Kanal, wo man per Abo, ich glaube im Moment sogar noch kostenlos, diverse Apple-Inhalte anschauen kann. Da kann ich euch im Übrigen eine Serie sehr empfehlen. Die habt ihr auch schon gesehen. Die schaue ich gerade aktiv. Losing Alice. Das ist überraschend gut, muss ich tatsächlich sagen. Könnt ihr mal reinschauen. Und wenn man hier etwas schaut, kommt ein weiterer Riesenvorteil natürlich dazu. Man kann seine Homepods entsprechend verknüpfen, die in der Nähe sind. Ob das Homepod Stereo ist oder einfach nur ein Homepod. Einfach verbinden. Der merkt sich das Ganze. Und dann hat man beispielsweise satten Sound. Man muss jetzt nicht permanent das Ganze neu verbinden. Warum ich NordVPN benutze? Nicht nur, weil sie Sponsor dieses Videos sind, sondern ich benutze NordVPN schon sehr, sehr lange. Sowohl auf meinem iPhone, MacBook, aber auch iPad. Ganz egal, wo ich unterwegs bin, ob das im Café ist oder auf Reisen, wenn wir dann mal wieder dürfen, im Hotel. Wenn ich Bankgeschäfte irgendwo mache, schalte ich hier entsprechend NordVPN ein und es verknüpft sich automatisch. Ihr seht hier oben, sind wir jetzt mit dem Internet und dem VPN verbunden. Und NordVPN baut vereinfacht gesagt einfach einen Tunnel von diesem Gerät zu eurem Ziel, beispielsweise eurer Bank oder irgendeiner Webseite, die ihr aufruft, auf, ohne dass jemand diese Daten einfach auslesen kann. Und das Schönste natürlich, ihr könnt hier euch in Amerika einloggen. Und dann wählt ihr euch einfach bei Netflix ein und könnt dann die Inhalte von Netflix USA sehen. Hallo, hier ist die... Die hat schon wieder ihr Kennwort geändert. Und rufen uns dann Netflix auf, sobald wir mit NordVPN verknüpft sind. Hier sehen wir es. Und dann können wir entsprechend auf Netflix beispielsweise amerikanische Serien gucken, die es hier gar nicht gibt. NordVPN funktioniert nicht nur auf einem Gerät, sondern ihr könnt es tatsächlich auf bis zu sechs Geräten gleichzeitig nutzen. Es spielt gar keine Rolle, ob macOS, iOS, Android, Windows, Linux. Und während mein Geburtstag noch ein Monat hin ist, feiert NordVPN jetzt Geburtstag. Und zwar bekommt ihr im Moment bei jedem Kauf von einem 2-Jahres-Paket mit dem Link nordvpn.org slash joker oder dem Code joker ein Monat gratis und eine kostenlose Abo-Verlängerung obendrauf. Alle Infos findet ihr unten in der Beschreibung nordvpn.org slash joker. Kommen wir jetzt zu einem Bereich, der das Ganze fast zu einem abgeschlossenen Nutzererlebnis macht. Und das ist der Bereich Fernsehen. Ich denke, jeder von euch kennt das so ein bisschen. Man setzt sich abends auf die Couch, will noch so ein bisschen rumzappen oder mal gucken, was gerade läuft. Nachrichten, Sportschau, was auch immer. Irgendeine Serie, die im Fernsehen läuft. Und jetzt muss man noch die zweite Fernbedingung dazunehmen. Umschalten von LG auf Apple TV oder umgekehrt von Apple TV auf Samsung. Muss in dieses Menü von Samsung rein, muss sich da irgendwie so durchfräsen. Wo ist denn das? Dann gibt es dort auch nochmal natürlich die eigenen Apps, wobei ich euch sagen muss, zum Beispiel die YouTube App auf dem Apple TV ist einfach erste Sahne. Wirklich sehr schön umgesetzt. Wenn ich die auf dem LG oder auf dem Samsung benutze, nicht vergleichbar in der Art und Weise, wie die umgesetzt ist. Deswegen benutzt immer die Apple TV YouTube App. Kann ich, wie gesagt, nur empfehlen. Aber zurück zum Thema. Also ihr guckt Fernsehen und wechselt dann wieder zurück zum Apple TV, wenn ihr irgendwann keinen Fernsehen mehr schauen wollt. Das heißt, eine Fernbedingung nehmen, HDMI 2 auswählen, um Fernsehen zu gucken. Dann seid ihr fertig mit Fernsehen. Dann geht ihr wieder auf der anderen Fernbedingung rein. HDMI 1, dann auf dem Apple TV. Wieder diese Fernbedingung nehmen, mit der weitermachen. Und so geht das Ganze hin und her. Hat mich immer extrem gestört. Jetzt, und das ist sehr, sehr schön, gibt es endlich die Möglichkeit, das Ganze ins Apple TV zu integrieren. Aber wie machen? Und zwar unter Benutzer und Accounts gibt es jetzt einen Punkt, der heißt TV-Anbieter. Und das ist wirklich sehr, sehr cool, weil mittlerweile gibt es tatsächlich, hurra, ein Anbieter, der das macht. Und das ist Vodafone. Vodafone bietet Giga TV an. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, weil ich habe das hier entsprechend abonniert und habe es hier oben eingefügt, wie ihr seht. Da können wir jetzt mal drauf gehen. Wie funktioniert das Ganze? Also, natürlich als App. Man muss sich einmal einloggen. Und jetzt werden die Inhalte geladen, beziehungsweise es wird, natürlich, müssen wir den Ton ausmachen, sofort Live TV hier angeschaltet. Nein, ich möchte jetzt nicht den Lautstärkeregler machen. Und jetzt befinden wir uns schon im Fernsehen, ja. Wir sehen hier, was wurde als letztes angesehen. Das war ich alles nicht. Und wir haben hier die Möglichkeit, die Hauptsender beispielsweise nach Genre geordnet durchzugehen und zu entscheiden, was wir schauen wollen. Gehen wir zurück über das Menü. Wir können ja mal hier irgendwo rein zappen. Und jetzt können wir, wenn wir von links nach rechts swipen, zum nächsten Sender gehen. Ihr seht, dass das immer einen Moment natürlich dauert. Ähnlich wie bei den normalen Fernsehern auch, dauert es einen Moment, bis der Content dargestellt wird. Ich habe hier aber auch noch eine andere Möglichkeit. Ich kann von unten nach oben wischen und bekomme jetzt alle Kanäle und kann durchswipen, wo ich gerade reingehen will. Ja, was will ich als nächstes sehen? Klick, bin ich drinne. Oder ich wische von oben nach unten, kann hier auf Audio gehen und kann festlegen, wo soll das Ganze ausgegeben werden. Das war ja immer ein Problem, wenn man beispielsweise auf dem Samsung geschaut hat, hat er die HomePods vergessen und man musste dann beispielsweise wieder die normalen TV-Lautsprecher nehmen. So bleibt alles permanent auf dem Apple TV und auf den HomePods. Des Weiteren, was auch sehr, sehr schön ist hier in der Vodafone App ist, dass ihr die Möglichkeit habt, hier oben in Mediatheken zu wechseln. Das heißt, ihr habt hier alle Mediatheken von verschiedensten Sendern, wo ihr einfach reingehen könnt und euch das anschauen könnt. Ich nehme immer ganz gerne Arte, weil dann denken die Leute, dass ich auch ein bisschen was im Kopf habe und gucke hier dann gerne irgendetwas, ja, was dann in meinem Verlauf zu sehen ist, wenn mich jemand besucht. Und wenn ich dann mit meinem Fernsehprogramm fertig bin, drücke ich einfach aufs Menü, mache ein Swipe nach rechts, gehe in die Apple TV App und schaue meine Filme. Ist das nicht herrlich? Dieses Video ist auf jeden Fall nicht von Vodafone gesponsert. Ich packe euch trotzdem den Link zu Vodafone Giga TV unten in die Beschreibung. Wenn ihr den Link benutzt, das ist ein Affiliate-Link, bekommt ihr einen Rabatt, ich glaube 17 Euro oder so, auf ein Abo, wenn ihr es dann abschließt. Wenn nicht, ist auch kein Problem. Für mich persönlich war es ein absoluter No-Brainer, weil diese Integration einfach extrem schön ist. Ich benutze nur noch diese Fernbedienung zum Aufwachen des Fernsehers bzw. dann, um in den Ruhezustand zu gehen und die andere Fernbedienung ist weggelegt. Und damit können wir auch direkt zum Fazit kommen. Als erstes vielleicht einmal ganz kurz zu Giga TV. Was sind die Vor- und Nachteile? Natürlich Integration in das Apple TV an sich. Es hat aber auch ein paar Nachteile. Man kann beispielsweise jetzt keine Sendungen aufnehmen. Es ist auch manchmal natürlich, habt ihr eben gesehen, das Umschalten von einem Sender zum nächsten ein bisschen langsam. Mich persönlich hat es jetzt nicht wirklich gestört. Warum? Weil ich meistens dann hier hochwische und nebenbei gucke, was möchte ich hier eigentlich sehen, was interessiert mich. Und diese Umschaltung ist relativ schnell. Wenn man aber natürlich jetzt von einer zur anderen wechselt, dann kann das manchmal ein bisschen dauern, bis der Sender dann tatsächlich kommt. Mediatheken natürlich finde ich einen Riesenvorteil, dass man das alles an einem Ort hat in der Giga TV App. Für mich ist das Apple TV softwaremäßig auf jeden Fall an einem Punkt angekommen, wo es wirklich Spaß bringt, am Wochenende mit diesem Tool, mit dieser Software zu arbeiten und zu schauen, was man sich wirklich am Wochenende anschauen möchte zusammen. Das, was für mich das Gesamterlebnis wirklich so angenehm macht, ist zum einen, dass Fernsehen nun integriert werden kann, dass man in der TV App fast alle Streaming Anbieter gesammelt schauen kann und dort alle seine Filme und Serien an einem Ort hat. Dass man ganz schnell mal bei YouTube vorbeischauen kann, wenn man seine täglichen Videos dort schauen will. Und dass man die Homeports als Standard-Lautsprecher die ganze Zeit benutzen kann, ganz egal, was man gerade schaut, ob es Fernsehen, YouTube oder Filme sind. Das ist standardeinmäßig eingestellt und funktioniert zuverlässig. Sky Q ist nach wie vor leider noch nicht integriert in die Apple TV App von Apple. Das wäre auch tatsächlich meine Kritik an dem Ganzen, dass verschiedene Apps, wo man beispielsweise seine Abos hat, für Sky Q beispielsweise, für Formel 1 logischerweise und für den SV Werder Bremen, um die Spiele zu sehen, wäre es natürlich schön, wenn das Ganze auch im Apple TV stattfinden würde. Kommt hoffentlich bald. Prime Video beispielsweise ist schon integriert in Apple TV und speist dort entsprechend die Daten ein, was man für Filme schaut. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Arte macht das Ganze auch. Netflix leider auch noch nicht. Das wäre zum Beispiel auch noch eine schöne Weiterentwicklung. Mit dem nächsten Apple TV würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir einen schnelleren Prozessor bekommen, um beispielsweise das Apple TV auch noch einen Schritt weiter zu bringen im Spielebereich. Vielleicht mit einem entsprechenden Controller, mit einer neuen Fernbedienung. Ich finde, diese ist auf jeden Fall überarbeitungswürdig. Ich hoffe auch sehr, dass andere Anbieter dieses Angebot, was beispielsweise jetzt Vodafone macht, dass sie Fernsehen in einer App zur Verfügung stellen, entsprechend nachziehen, dass die auch auf dem Apple TV laufen und man nicht noch einen extra Anbieter dafür buchen muss. Das Ganze ist anschlussunabhängig. Das heißt, ihr könnt einfach Vodafone Giga TV bestellen. Ihr loggt euch einfach nur online quasi ein. Ihr braucht jetzt nicht irgendeine Gerätschaft dazu. Ihr kriegt zwar so eine Box zugeschickt, aber die müsst ihr auf gar keinen Fall benutzen. Sondern ihr braucht wirklich nur den Zugang, den Online-Zugang und dann könnt ihr das auf dem Apple TV ganz unkompliziert nutzen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Apps ihr auf eurem Apple TV nutzt. Ich habe eigentlich hier oben die Reihe, die ich wirklich sehr intensiv nutze. Danach in der zweiten Reihe ist nicht mehr allzu viel los. Das soll es jetzt aber wirklich mit dem Video gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.